Du Vicky Krause-Fan, ne? Ja, ja, letztes Jahr wieder Vendor-Fan. Ja, ja, du bist Vicky Krause-Fan. Ja, komm, Michael Wendler, ich sag's euch, ich war letzte Woche bei Michael Wendler auf dem Gestüt, auf dem Gestüt, da hat er dich zum Nasadio-Essen eingeladen. Ja, egal, komm, Leute, es gibt noch ganz anderes, ich hab, äh, letzte Woche hab ich ne Frau getroffen, ihr wollt's nicht hören, ich sag's heut trotzdem, wisst ihr, wie ich getroffen war? Sina-Lisa-Lowig. Ey, die alte, ich sag's doch ganz hell. Ja, ja. Dann nehm ich kein Platzverbot, die altert in ihr Leben mehr ein Eichel gesehen, als ein Eichel hätte, oder? Aber auch mit Sicherheit, oder? Ja. Nachher sag's doch, Vicky, es ist nicht alles Trübsal, was geblasen wird. Der Heide sagt, da hast du Recht, und nicht alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Den hat's nicht, aber egal. Nachher hat's doch gesagt, komm, wir vertragen uns wieder, hat's gedacht, komm, Schatzi, schenken ein Foto. Schatzi, wir werden ja alle Foto! Schatzi, wir werden ja alle Foto! wir werden ja alle Foto! Schatzi,